Zum zweiten Gewinnspiel haben wir uns eingefunden bei unserem Auftritt heute in der Cactus Farm mit Lionslaw und Evil Conduct. Wir haben zwei ganz besondere Glücksspiele gefunden heute. Die wunderschönen Herren von den Dirtens. Wir sind total neutral. Wir haben mit der ganzen Sache nichts zu tun. Die total neutral sind, wie sie geloben. Benner hat gesagt, dass ich ziehen muss. Ah, Entschuldigung. Ich wollte mir eigentlich was Kürzeres anziehen. Irgendwie ist es nicht dazu gekommen. Du hast super harte Beine. Darf ich? Darf ich? Ich muss schütteln vorher. Pass auf, der Thumb schüttelt. Okay, hör dich ab. And the winner is... Wer ist das? Robin Ruhrpurt, lese ich da. Robin Ruhrpurt. Herzlichen Glückwunsch, du Affe. Robin Ruhrpurt. Curbstorm und die Dirtens. Robin Ruhrpurt, lese ich. Was muss der jetzt machen? Der muss nicht hören, der kriegt jetzt das Geschenk. Tada. Tada. Und Hut ab im Augen.